Ich bin Lamja Kador, islamische Religionspädagogin und Autorin, habe ein Buch verfasst zum Thema Warum deutsche Jugendliche in den Dschihad ziehen, das heißt zum Töten bereits, liegt hier. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mit mir gemeinsam um 15 Uhr bei Facebook über der Plattform des Phoenix-Senders mit mir darüber diskutieren würden, vielleicht Fragen stellen möchten, Antwort bekommen wollen. Sie können die Sendung bereits vorher sehen, um 0 Uhr, sie wird am Freitag auch ausgestrahlt und ja, vielleicht kommen wir ins Gespräch.